Hast du Mitarbeitende, die neidisch auf dich sind? Wenn du zur Führungskraft geworden bist und nun einzelne Mitarbeiter deines Teams dir diese Beförderung nicht gönnen, dann hast du einen schweren Stand. Was kannst du tun? In diesem Video erhältst du fünf konkrete Tipps, um mit dem Neid deiner Mitarbeitenden umzugehen und dich nicht dadurch verunsichern oder verärgern zu lassen. Und am Ende wirst du sehen, was Neid mit einem Eimer Krebsen zu tun hat. Hallo, ich bin Axel Rödershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Du bist befördert worden, alles ist eigentlich schön, du bist glücklich, du bist happy, mehr Verantwortung zu haben, mehr gestalten zu können. Wäre da nicht der Neid einzelner Mitarbeitender, die du nun führst? Dieser Neid zeigt sich vielleicht in schnippischen Bemerkungen. Vielleicht gibt es auch offene Anfeindungen oder gar Sabotage. Falls du übrigens Neidern nicht nur unter deinen Mitarbeitern hast, sondern auch von Kollegen oder von anderen Führungskräften, dazu gibt es ein anderes Video, ein zusätzliches Video, das habe ich am Ende verlinkt. Nun, Neid ist ja eigentlich das Problem von anderen. Ohne jetzt tiefenpsychologisch unterwegs zu sein, aber sehr oft kommt der Neid eben der anderen daher, dass sie beispielsweise lange Zeit keine Aufmerksamkeit bekommen haben, dass sie vielleicht übergangen wurden oder dass sie eben demotiviert, frustriert sind und vielleicht auch innerlich gekündigt haben. Und jetzt machen sie ihr Problem durch den Neid zu deinem Problem. Überleg dir nochmal, was ich gerade gesagt habe. Der Neid ist ja das Problem des anderen. Derjenige ist neidisch auf dich. Und er macht aus diesem Problem, das er hat und das zu dem Neid führt, nun dein Problem. Und damit kommen wir zum ersten Tipp, wie du mit Neid deiner Mitarbeitenden umgehen kannst. Oft ist Neid nicht persönlich gemeint. Ganz oft ist es so, dass der oder diejenige, die neidisch auf dich ist, gar nicht auf dich als Person neidisch ist, sondern sie wäre es auch auf jeden anderen, der in dieser Position es ist. Die Person, die neidisch ist, wäre vielleicht nur dann zufrieden, wenn sie selber die Führungskraft geworden wäre. Sobald irgendjemand anders ist, ist sie neidisch auf demjenigen. Auf denjenigen, ordentliches Deutsch darf man schon verwenden. Und deswegen macht dir das bewusst, dass es höchstwahrscheinlich nicht um dich persönlich geht, sondern darum, dass eben jemand anderes auf der Position ist. In dem Fall hat es dich getroffen. Aber wenn jetzt in vier Wochen oder vier Monaten oder zwei Jahren jemand anders auf der Position ist, dann kriegt derjenige genauso wieder den Neid ab. Und ganz oft, wenn ich über so ein Thema rede, wird jemand, der mit dem Neid von anderen, von Mitarbeitenden zu kämpfen hat, dann bewusst, dass es besser ist, es nicht persönlich auf sich zu beziehen, sondern auf die Rolle, die jemand inne hat. Und dann auch zu sagen, okay, wenn jemand auf die Rolle neidisch ist, kann derjenige das ruhig sein, aber ich nehme das Ganze nicht mehr persönlich und lasse mich deswegen auch nicht persönlich verunsichern. Das ist nämlich das, was es uns sonst so schwer macht. Tipp Nummer zwei zum Umgang mit Neid von Mitarbeitenden. Deine richtige innere Einstellung. Es gibt ja den Spruch, viel Neid, viel Ehr oder Mitleid bekommt man geschenkt. Neid muss man sich erarbeiten. Im ersten Tipp haben wir gesehen, wir sollten den Neid nicht persönlich nehmen. Als zweites sollten wir sagen, okay, wenn uns jemand beneidet, wenn jemand auf das, was ich jetzt tue, auf die Position, die ich inne habe, auf den Einfluss, den ich habe oder die Entscheidungen, die ich treffen kann, neidisch ist, dann bedeutet das ja, dass ich irgendwas getan habe, was irgendwie beneidenswert ist. Dieses Wort gibt es ja auch und da sehen wir was Positives. Wir sagen ja, Mensch, das ist beneidenswert, wie jemand etwas kann. Da ist es positiv gemeint. Das heißt, jemand hat etwas erreicht, was andere vielleicht so nicht erreichen und das führe dir selber auch vor Augen. Nutze die richtige innere Einstellung dazu, wenn du Neide hast, dass das bedeutet, dass du dich irgendwie aus der Masse der anderen herausgehoben hast und deswegen das eher auch als Auszeichnung nehmen solltest. Das steht jetzt nicht im Gegensatz zum ersten Tipp, das nicht persönlich zu nehmen, sondern bedeutet, deine innere Einstellung auch dahingehend zu festigen, dass wenn du mit Neid zu tun hast, dass es schon auch bedeuten kann, dass du was Gutes gemacht hast. Hinzu kommt dann eben, dass du beispielsweise Einfluss hast, dass du das dann oft mit einer gewissen Führungsrolle und Verantwortung zu tun hast und darauf eben jemand neidisch ist. Aber der Tipp ist, geh mit der richtigen Einstellung ran und nutze Neid eher als etwas, was du dann als Auszeichnung nimmst. Du solltest nicht danach suchen als Auszeichnung, aber es als Auszeichnung auffasst dafür, dass du offensichtlicher was erreicht hast. Du kannst noch mehr erreichen mit Tipp Nummer 3. Nicht rechtfertigen oder verteidigen. Wenn jemand, der neidisch auf dich ist, Dinge kritisiert und anspricht, dann könnte es, weil wir denken, der sagt es nur, weil er neidisch auf mich ist, kann es ganz leicht passieren, dass wir uns rechtfertigen oder verteidigen. Und das kann dazu führen, dass wir dann wirklich ernst gemeinte und auch berechtigte Kritik nicht mehr sehen, sondern uns selber verteidigen und dann tatsächlich auf eine Art und Weise führen, wie wir es selber gar nicht gut finden würden, wenn wir es bemerken würden, was wir aber nicht tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht rechtfertigen für das, was wir tun, dass wir nicht verteidigen, was wir tun, sondern darstellen, warum wir beispielsweise eine bestimmte Entscheidung getroffen haben. Aber ganz wichtig dann auch zu sagen, wenn der Neider, die Neiderin Punkte anbringt, Verbesserungsvorschläge bringt, Kritik äußert, immer wieder drauf zu schauen, was davon ist berechtigte Kritik, was sind gute Verbesserungsvorschläge, die ich erkennen, nutzen und dann denjenigen dafür auch wertschätzen sollte. Was du dann übrigens vielleicht erkennen wirst, ist, dass diese Person eigentlich nur nach Aufmerksamkeit gelächzt hat, ist nicht bei allen so, aber bei manchen, deswegen neidisch war, deswegen sich eingebracht hat und in dem Moment, wo sie ihre Vorschläge einbringen kann, du die aufnimmst und umsetzt und denjenigen dann dafür wertschätzt, plötzlich der ganze Neid auch weg ist. Wenn dir das Video bislang gefällt und dabei hilft, mit Neid von Mitarbeitenden umzugehen, dann drück doch bitte auf den Daumen nach oben Knopf und abonnier den Kanal. Tipp Nummer 4 zum Umgang mit Neid. Kein Kampf in der Arena. Wenn die Person, die neidisch auf dich ist, beispielsweise schnippische Bemerkungen macht, dann fange nicht an, einen Kampf in der offenen Arena vor allen anderen Mitarbeitenden und dem gesamten Team zu führen. Dabei kannst du meistens nur verlieren. Was wichtig ist, ist, das zu unterbinden, beispielsweise zu sagen, du pass auf, lass uns nachher über das Thema unter vier Augen reden. Natürlich merken dann alle anderen auch, oh, da wird es jetzt brenzlig. Das haben sie aber sowieso schon gemerkt, weil sie darauf gewartet haben, was du jetzt tust, wenn jemand beispielsweise eben despektierlich mit dir umgeht. Dann zu sagen, du, lass uns mal das Thema hier kurz parken. Wir reden in ein paar Minuten nach dem Meeting dann im Einzigespräch darüber. Dann ist es wichtig, das aus der Arena herauszuhalten. Denn es kann sehr leicht passieren, dass du dann vielleicht auch Sachen sagst, die falsch oder anders verstanden werden, als du es gemeint hast, in dem Eifer des Gefechts. Und wenn das eben dann vor der versammelten Mannschaft passiert, kann das sehr, sehr unangenehm für dich werden. Vor allem, wenn der Neider gut da drin ist, dich irgendwie so ein bisschen dort zu pieksen, wo es bei dir besonders leicht piekst. Deswegen kein Kampf in der Arena, sondern Einzelgespräche führen, das Thema direkt ansprechen, was eben das Problem war, die Frotzeleien, die Sticheleien, die Vorwürfe, was auch immer es war, das direkt anzusprechen mit dieser Person unter vier Augen. Tipp Nummer fünf. Tatsächlich ungerechte Behandlung desjenigen wahrnehmen, diese beenden und denjenigen fördern. Das ist jetzt wahrscheinlich der überraschendste Tipp für dich. Es kann durchaus sein, dass die Person, die neidisch auf dich ist, neidisch ist, weil sie nicht wahrgenommen wird und über viele Jahre hinweg, vielleicht sogar Jahrzehnte, nie wirklich wahrgenommen wurde. Dass ihre Ideen nie angenommen wurden. Dass sie sich nie wirklich geschätzt gefühlt hat. Und wenn du sowas feststellst, und wenn du vielleicht denkst, Menschenskinder, eigentlich ist es jemand mit einem unheimlichen Potenzial, das nie genutzt wurde, dann setz dich mit demjenigen auseinander. Derjenige wird am Anfang vielleicht auch ein bisschen abweisend sein und denken, oh, du führst irgendeine List im Schilde oder Schilde im List. Ich glaube, eine List im Schilde. Also du willst irgendwas machen, was nicht gut ist. Aber wenn derjenige dann dirjenige feststellt, Mensch, du willst tatsächlich dich mit dem Menschen auseinandersetzen. Du willst rausfinden, was kann derjenige gut und denjenigen fördern. Dann tu das. Und dann wirst du den Neider umdrehen und zu einem deiner stärksten Fürsprecher machen. Nicht, weil das dein Ziel ist. Darum geht es gar nicht. Das ist nur quasi das Endergebnis davon oder die Randerscheinung davon. Das Wichtige ist, wenn jemand ungerecht behandelt wurde, wenn jemand gute Ideen hat, die nie genutzt wurden, dann nehmen sie wahr, helft denjenigen, die umzusetzen. Und der Neid wird ziemlich sicher weg sein. Jetzt habe ich ja gesagt, wir schauen uns noch an, was ein Eimer Krebse mit Neid zu tun hat. Nun, weißt du, warum man auf einen Eimer mit Krebsen gar keinen Deckel drauf machen muss? Weil man nicht will, dass die abhauen? Das ist ganz einfach. Krebse versuchen natürlich, aus einem Eimer rauszukommen. Aber jeder krebt für sich alleine. Und weil jeder das für sich alleine versucht, reißt jeder von den Krebsen die anderen immer wieder runter, wenn die irgendwie auf dem Weg nach oben sind. Und so ähnlich ist es mit Neid. Neid kann dazu führen, dass wir denken, oh je, wenn ich jetzt versuche weiterzukommen, so wie alle anderen auch, dann sind die anderen auf mich neidisch und reißen mich wieder runter. Deswegen darf Neid den anderen vielleicht auch zeigen, wenn du beispielsweise noch Mitarbeitende bist und eigentlich dich weiterentwickeln willst, zur Führungskraft werden willst und dann aber Angst davor hast, dass andere dir das dann neidisch sind, sei kein Krebs, sondern helfe anderen auch weiterzukommen, aber sorge auch selber dafür, dass du weiterkommst und selber dann tatsächlich auch deine Karriere machst und berücksichtige nicht und befürchte nicht, dass dann Neid auf dich zukommen wird und du nicht damit umgehen kannst. Wir haben einige Tipps gesehen, wie du das machst und deswegen sei kein Krebs, sondern sei jemand, der wirklich auch das eigene Schicksal in die Hand nimmt und dafür sorgt, dass du dich weiterentwickelst. Weiterentwickeln kannst du dich auch mit vielen anderen Videos meines Kanals. Abonnier ihn also, gib diesem Video einen Daumen nach oben. Falls du mit Neid von Kollegen oder anderen Führungskräften auf deiner Ebene zu kämpfen hast, dann gibt es dazu ein Video, das findest du hier und hier habe ich noch ein weiteres Video für deinen Erfolg rausgesucht und denk immer dran, Glück ist ein Talent.